Zweite Hälfte, Ecke Sandhausen. Lukas Röser wird abgeräumt. Schiri Gerach hat gepfiffen, aber kaum einer reagiert darauf. Der eingewechselte A. Oßmann. Und Möschel ist durch. Patrick Möschel, Ausgleich. Glauben mir die meisten, ist aber eben nicht so. Schiedsrichter Gerach hatte ein wenig gewartet, dann auf Freistoß für Dynamo entschieden. Letztlich Dresden den Vorteil abgefiffen. Untertitelung des ZDF, 2020